Vielleicht hat es der eine oder andere schon auf Insta gesehen. Wir machen einen Test. Ich habe es ein Jahr lang vor mir hergeschoben zu planen. Dann hat mich Niklas vor ein paar Tagen angerufen und hat gesagt, ey, so lass das jetzt mal wirklich machen. So, wir müssen das jetzt machen. Es gibt schon, Join hat das mittlerweile schon gemacht und alle Influencer dafür eingekauft und keine Ahnung was. Ich glaube aber, dass wir das cooler machen, dass wir das authentischer machen, dass wir euch die Möglichkeit geben, vor die Kamera zu kommen, was turbo nice ist. Niklas, wenn du den Link hast, schick den gerne hier rein. Ihr könnt euch nämlich bewerben, im Format dabei zu sein, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein. Das wird fucking sick und das wird ein eigener Kanal. Und wir testen das jetzt nächste Woche Samstag einmal an und dann geht es richtig rund. Was denn? Das ist ein Format, das ich letztes Jahr schon mal ausprobiert habe. Der Witz ist aber, dass wir uns ganz andere Sachen noch ausgedacht haben, als das, was ich letztes Jahr gemacht habe. Im Prinzip ist es einfach nur ein Kanal, auf dem Studio-Content kommt. Und hier so Sachen wie Match Outfit to Person. Jetzt kommt nämlich der Witz. Join hat so Leute dahin geholt und hat so gesagt, ja, errate, wer, keine Ahnung, wer Verbrecher war. Cool, werden wir bestimmt auch mal machen sowas. Aber mein Traum, mein Ziel für diesen Kanal ist es, Mark Gebauer zu holen und ihn erraten zu lassen, zu wem welche Uhr gehört. Irgendwann in ganz weiter Entfernung JP zu holen und ihn raten zu lassen, wer zu welchem Auto gehört. Justin erraten zu lassen, wer zu welchem Outfit gehört. Und diese Leute, die alle so sehr für ein Thema stehen, ranzuholen und quasi so ein bisschen auch auf die Probe zu stellen, wie gut sie die Leute in diesem Bereich einschätzen können und so. Das ist aber nur eine Sache. Die andere Sache, Spectrum von Jubilä, kennt ihr, da sind fünf verschiedene Zonen auf dem Boden. Und die Leute werden, denen werden Fragen gestellt, Aussagen gestellt und die müssen von Stimme gar nicht zu bis Stimme komplett zu hin. Und dieses Format ist unglaublich. Man kann, wenn man es irgendwie hinbekommt vor der Bundestagswahl, fünf Bundestagsabgeordnete hinholen. Das sind fünf größten Parteien, jeweils eine Person. Denen werden dann Thesen, da werden dann Thesen in den Raum geworfen und die müssen sich positionieren. Bildlich positionieren und können dann diskutieren. Das geht mit jedem Thema, das geht mit allen Leuten und ihr könnt Teil davon sein. Und natürlich kommen auch Sachen, wo wir keine super speziellen Leute für brauchen oder wo jetzt am Samstag werden... Das kann ich schon mal sagen, aber bitte sagt es nicht weiter. Werden wir die erste Folge mit Streamern drehen. Es wird dabei sein Reift, Danny, Revi, Fritz Meinecke und noch eine Person, die es noch zu finden gilt. Ich habe noch zwei Leute angefragt und das wird sick. Gibt es auch eine Möglichkeit mitzuhelfen hinter der Kamera? Ey, klar, wenn ihr irgendwas könnt. Niklas, wollen wir vielleicht noch ein... Dann könnten wir noch ein Formular machen für Leute, die Lust haben, uns unter die Arme zu greifen, uns zu helfen, weil es ist... Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Aufwand wird. Wenn es Leute gibt, die uns helfen wollen, dann sind wir natürlich super, super froh darüber. Jetzt alleine für nächste Woche haben wir nicht ein Studio gemietet, sondern zwei direkt nebeneinander. Also ich muss auch... Ich muss ehrlich, das war auch ein Grund, warum es jetzt ein Jahr lang nicht ging. Ich muss da richtig, richtig Geld in die Hand nehmen. Ich habe so geschätzt, dass ich für die ersten Pilotfolgen so zwischen 10.000 und 15.000 Euro in Vorleistung gehen muss, damit das alles klappt. Also Kameras leihen, Licht, Studio, so Kram. Wir müssen die Leute da hinbringen, wir müssen die Leute da verpflegen. Wir brauchen nicht nur eine Kamera, wir brauchen nicht nur zwei Kameras, wir brauchen wahrscheinlich auch nicht nur drei Kameras, sondern das soll komplett high quality werden und wir müssen uns dieses ganze Zeug leihen. Ich habe einen extra Lichtmenschen, der eigentlich für Fernsehshows Sachen ausleuchtet, organisiert, der einen dreieinhalb Tonner mit Ladefläche komplett voll mit Licht mitbringt und uns die Sachen da aufbaut. Wir werden Leute haben, die sich extra um den Ton kümmern und ich habe eine Person, die vielleicht ein paar von euch kennen, habe mit der ausgemacht, dass sie vielleicht in Zukunft für mich arbeitet und das testen wir jetzt langsam an und dann... Also ihr merkt, dass momentan viele Sachen anstehen und vielleicht deswegen ein bisschen zu wenig Content kommt, aber in einem Monat trifft euch die Content-Klatsche mit voller Breitseite und dann geht's richtig rund. Gebt ihr die Credits an Cut im Intro oder so? Keine Ahnung, mal sehen. Ich muss mal checken überhaupt, ob die Sachen von Cut kommen. Es gibt sehr, sehr viele Kanäle, die das mittlerweile machen, aber ich mache es auch. Gibt es irgendwelche Leute, die ihr euch wünschen würdet, die dabei sind? Grafikdesigner gesucht. Ey, Niklas, lass uns, wenn das Sinn macht, wirklich eine Form aufbauen und wenn wir viele kreative Leute haben, die Bock haben, daran teilzunehmen, Kameramänner, Tonmänner, Grafikdesigner, Runner am Set, wer auch immer, dann geht's rund. Kevin, Inscope, unsympathisch. Inscope, Trimax, Dana, Izzy. Ich habe Sascha schon angefragt für Samstag, aber der war leider, hatte keine Möglichkeit nach Köln zu kommen. Ich glaube, es ist geil, wenn wir jetzt erstmal so drei, vier, fünf Folgen produziert haben, die Leute sehen, was auf sie zukommt. Und es ist schwierig natürlich, bei der ersten Folge muss man mir sehr stark vertrauen, direkt einfach bei irgendwas dabei zu sein, wo man keine Ahnung hat, wie es aussehen wird. Ja, Monte, gut, das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, es ist sehr schwer, Monte für sowas ranzubekommen. Ich habe Bock auf so miesen Rating-Cringe-Content, ja, das kriegen wir bestimmt auch hin. Finde Randoms cool als Darsteller? Ja, definitiv. Die sind wahrscheinlich ein größerer Bestandteil von diesem Projekt als die Influencer selber und das werden Leute hoffentlich aus meiner Community sein, die die Bock haben, das zu machen. Grundsätzlich wird der Kanal aber nichts mit mir an sich zu tun haben, sondern der Kanal ist komplett entkoppelt und ich produziere den einfach nur komplett. Ich finanziere den, produziere den und hoffe, dass der Anklang finden wird und dass der sich vielleicht irgendwann dann auch selber trägt, weil die Kosten sind so hoch, dass man da echt schauen muss. Also besser, die Sachen kommen gut an und besser, das funktioniert gut und man kann irgendwie coole Firmen da mit drauf bekommen, das ist wirklich Risiko für mich. Sage ich ehrlich, das ist wirklich, wirklich, wirklich Risiko für mich. Ich habe keine Sponsoren. Die ersten Folgen müssen wir ohne machen, weil wir auch nichts garantieren können. Es kann sein, dass wir komplett reinzacken, uns komplett verschätzen, alle Daten verlieren, was auch immer. Wir sind ein komplett neues Team. Wir sind komplett uneingespielt. Wir haben das so noch nie gemacht, deswegen, also ich muss, wir müssen da echt, echt reinklotzen, aber es wird gut. Paluten ist aber schwer zu überzeugen. Ja, glaube ich auch. Ja, Unge auch geil. Moji auch geil. Moji, er rät, welche Person zu welchem Motorrad gehört oder so. Keine Ahnung. Wie viele Leute seid ihr? Wir sind zu dritt, die das jetzt erstmal so machen. Plus Leute, die ich halt dann dafür bezahle, dass sie den Tag da zu uns kommen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es jetzt nicht gerade, nicht gerade günstig ist, ein Fernsehlicht, eine Fernsehlichtperson mit einem LKW mit Ladefläche kommen zu lassen, damit der den ganzen Tag Licht macht. Also, das wird schon, aber ich habe so Bock, ich glaube, komplett fest an das Format. Das ist ein turbo-nices Format und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, das zu machen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es 400 Mal geiler ist, das von einer jungen Person produziert zu haben, von einem Team von drei Leuten, die 21 sind, 22, 23, 24, die checken, was abgeht, als von einem Team aus 25 Leuten, vom Öffentlich-Rechtlichen oder keine Ahnung was. Wir haben keine Grenzen, wir müssen keine Standards erfüllen, wir machen, was wir wollen und das wird unfassbar. Ich bin richtig, richtig, richtig hyped. Kai Pflaume, safe, safe nice. Jungs von WWW wären auch witzig, definitiv. Wie heißt der Kanal? Das wissen wir noch nicht. Wir drehen erstmal drauf los und haben noch keinen perfekten Namen gefunden. Wir wissen noch nicht, wie es heißen wird und so. Und was passiert dann mit Dave? Jetzt kommt der größte Witz. Die Person, die ich für die Produktion von Test gefragt habe, ob sie mich dabei unterstützen will, mit der möchte ich auch gemeinsam den Hauptkanal produzieren. Die soll mir also produktionsmäßig unter die Arme greifen und wenn wir gut zusammenpassen, wenn wir gut zusammenarbeiten können, dann ist diese Person ein Win für alle Kanäle. Silvi, vielen, vielen Dank für den vierten. Küsse. Der dritte, der drittwichtigste? Ja, das stimmt. Schade ist nur, dass 18 Jahre eine Vorgabe ist. Ja, vorerst. Das, äh, der Kanal hat die Idee, dass es irgendwann Content gibt, der den Querschnitt von der Gesellschaft zeigt. Also super junge Leute, Kinder bis hin zu Rentnern. Alle sollen auf diesem Kanal vertreten sein, sollen ihre Meinung sagen dürfen, sollen auch aufeinandertreffen. Das wäre die Idee. Wie geil wäre Spectrum mit einem Kind, einem Teenager, einem Anfang 20-Jährigen, einem 30-Jährigen, einem 50-Jährigen und einem Rentner. Und denen werden dieselben Fragen gestellt und die müssen sich positionieren. Das ist alles möglich. Es gibt so viel Kram, den man machen kann. Das wird richtig sick. Das wird richtig, richtig geil. Ne, es sind, äh, es ist nicht nur Formate wie Zuordnung geplant, sondern auch sowas wie Gruppe mit Millionär finden und Spiele, wo es Sachen zu gewinnen gibt. Und im Prinzip ist die einzige Vorgabe, die dieser Kanal hat, es wird im Studio produziert und es muss geil sein. Das ist das Einzige, das ist das Einzige, was es gibt. Wo findet das immer statt? Am Anfang werden wir in Köln drehen, langfristig werden wir bestimmt auch mal irgendwo anders drehen. Ich bringe meine Oma mit, ja, wenn du das, wenn du das, wenn du das hinbekommst, wäre es super nice. Werden die Darsteller bezahlt? Beim ersten Dreh nicht, langfristig ist das absolutes Ziel, aber am Anfang ist das Real Talk einfach nicht möglich. Wir müssen, wir haben auch schon darüber gesprochen, wir sind alle für faire Bezahlung und keine Ahnung was, wir müssen checken, wie wir das hinbekommen und das läuft. Das kriegen wir bestimmt hin. Ja, auch politische Sachen sind damit gemeint und so. Das Konzept ist auf jeden Fall mega krass. Ihr könnt auf den Link in der Videobeschreibung klicken, euch für dieses Format eintragen. Wir suchen immer noch Leute, die gerne Teil davon sein wollen und entweder eine coole Geschichte zu erzählen haben, einfach so cool sind oder irgendwas Besonderes machen. Super hilfreich für so ein Format sind halt Leute, die einen coolen Job haben, eine krasse Geschichte, Millionär sind, also alles, was so Schlagwörter sind. Millionär, Verbrecher, egal was. Es ist völlig egal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Vergesst nicht zu kommentieren, was ihr euch gerne auf dem Kanal wünscht und was ihr da gerne sehen möchtet. Ich freue mich in nächster Zeit noch weiter mit euch darüber zu quatschen und dann noch endlich den Kanal an den Start zu bringen. Wir sehen uns morgen wieder, denn hier kommt tägliche Uploads. Jetzt, Niklas, schreib einfach 15.000, die 15.000 Euro Idee in den Titel. 1a.